ich habe nichts dagegen schauen wir uns mal gleich mal den trailer an trailer nummer drei dann habe ich alles gesehen wahrscheinlich von gut zu lachen aber ist mir scheißegal das machen wir auf jeden fall dann schauen wir uns noch diesen will smith film da also diesen trailer schauen wir mal wieder wie das jetzt hier ist was da ob da was neues hier steht ja final trailer und schauen wir mal was das jetzt hier ist was wir hier sehen ist die rückkehr wie viele von ihnen alles schon 17 und ansteigen das ist eine neue szene ich gehe mal ganz hart obwohl ich schon hundertmal gesehen haben sie gesehen sie verhalten sich wie ein rudel sie jagen sie alle reagieren direkt auf ein alphatier wenn wir gedora aufhalten halten wir sie alle auf hätte denn noch eine andere kreatur eine chance gegen ihn unser planet wird zugrunde gehen und wir ebenso wenn sie alles mit wahnsinn ehrlich gott ja klar laden wir ihn doch auf ein bier ein nein diesmal kämpfen wir mit das hat wir auch wie ein auch fack ey Ja, saustark, saustark muss ich schon sagen, richtig, richtig geil, holy shit, oh, ich bin echt mega gespannt drauf, warte, aber wir machen das noch so rum, na, ja, es ist sausau geil, oh, also, ich bin, ich bin mega gespannt, also, was da alles passiert, es wird für mich der Film des, der Film des Jahres auf jeden Fall und auch wenn jetzt Endgame, jetzt kommt der Endgame, Avengers Endgame und, äh, wenn ich Glück habe, wenn ich Glück habe, wenn es mir gut geht, gehe ich ihn am Sonntag schauen, ich hoffe, ich werde nicht gespoilert, das wäre dann richtig übel, aber, der Trailer war richtig stark, der war richtig stark, der Trailer, hat mir richtig gut gefallen, was hast du jetzt noch geschrieben, äh, ich bin auch schon geschrieben, wie das neue Monster aussieht, ich bin auch gespannt, wie die, also das eine sieht man ja, das könnte so, so ähnlich so, äh, Gamera-like sein, ne, und, ähm, ja, ich bin auch jedes, ich bin auch jedes Mal, ja, was, Film des Jahres sieht cool aus, aber was, aber was das mit dem Bier soll, keine Ahnung, ja, Witz, Witz muss halt sein, Patrick, ein bisschen, ne, es war ja auch schon im ersten Trailer, äh, dieser Witz drin, ähm, irgendwas von Godzilla und dann, äh, dass der irgendwie bla bla bla, und dann hat die auch die Richterin da gesagt, also sie wollen, dass Godzilla unser Haustier wird, und dann sagt auch der Seri Sava da, äh, nein, äh, wir sind seins, so praktisch gesehen, und es soll, es muss halt ein bisschen Witz auch drin sein, weißt du, aber ich fand's schon irgendwie, laden wir ihn auf ein Bier ein, ne, ist schon lustig, muss ich schon sagen, jetzt muss ich kurz den Ton hier bei der Anlage wegmachen, weil ich seh gerade, Marty McFly kommt online, und, ähm, ja, bei mir auch, Godzilla, geilste Film des Jahres, also es ist, also was man schon sieht, diese Fights, es ist abgrundtief geil, abgrundtief geil, und ich habe jetzt schon so viel gesehen, wahrscheinlich habe ich bestimmt schon 20 Minuten Material von Godzilla gesehen, aber das ist mir so scheißegal, und, ähm, ja.